Dzień dobry aus Warschau, guten Tag aus der Hauptstadt Polens. Polen zeigt seit vielen Jahren ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum, zudem eine steigende Kaufkraft der Bevölkerung und einen sehr starken Binnenmarkt. Diese Vorteile Polens haben bereits viele internationale Unternehmen entdeckt, unter anderem auch die österreichischen Exporteure, denn in 2019 war Polen der acht wichtigste Exportmarkt Österreichs. Doch auch österreichische Investitionen sind in Polen stark vertreten und intensivieren sich auch noch. Aspekte, Bereiche, Themen, wo österreichische Firmen besonders auftrumpfen können, sind zum Beispiel die Schieneninfrastruktur. In den nächsten zehn Jahren sollen 1700 Schienenkilometer neu verlegt bzw. renoviert werden. Ein weiteres Thema ist alles, was sich um die Umwelttechnik, um die Kreislaufwirtschaft und um erneuerbare Energien dreht. Polen hat hier noch einiges aufzuholen und das haben sie auch vor. Des Weiteren ist alles im Bereich Smart Technologies, Smart Cities, Automatisierung, Industrie 4.0, ein Bereich, wo ein großer Bedarf herrscht, aber auch wirklich spannende polnische Firmen als Partner in Frage kommen. Hinzu kommt, dass Polen noch immer ein Empfänger der größten EU-Förderungen ist und somit hier natürlich ein ein Pouvoir an Geld, an Finanzierung auch vorhanden ist. Prinzipiell bietet Polen für jedes Unternehmen, jede Industrie eine Chance und wir unterstützen sie natürlich gerne dabei, in Polen Fuß zu fassen, den Markt kennenzulernen, den richtigen Partner zu finden oder auch ihre Präsenz auszubauen. Wir freuen uns, von ihnen zu hören.